ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play ja so ich muss jetzt mal überlegen spiele ich jetzt gerade überhaupt ja nachdem ich jetzt endlich abgeschlossen aber 2018 geht jetzt rund diese woche noch mal zwei folgen also heute und morgen auf jeden fall eine und dann geht es ab nächster woche volle lotte durch mit dort vier bis dem übernächsten bis Donnerstag in gut zwei wochen weil dann den freitag kommt er 2019 raus bis kurz vorher kommt raus aber ich werde an den freitag anfang die erste folge hochzuwerfen ja und deswegen mache ich einfach quasi für gut zwei wochen jetzt ein bisschen dort vier für euch so wir starten heute mit dem ersten event aus montalegre sechs rennen stehen an sechs rennen sechs rennen also wir haben einiges zu tun heute ja das kennen wir ja alles soweit ein bisschen länge 1 km lang volle strecke montalegre portugal mit der sich der joker runde ja mal gucken wie es aussieht los geht's alle sich zum teilnehmer erfahren gruppe sie vielfacher geschätzt zeiten laufpunkte die von ihrer platzierung abhängen noch viel leute steigen die besten zwölf fahrer der laufrag ist in zehn vier auf acht du scheiße haben genug zu tun also wie gesagt wir haben jetzt was zu tun wir wollen natürlich drei rennen pro etwas anderen modus gestart man haben sie trönen da bin ich jetzt nicht so und dann geht es also jetzt ja bitte ich möchte ja noch mal verfolgen wir haben nur gut zwei million quatsch das heißt wir müssen da kommen wir das auto erst mal umbauen das dauert jetzt natürlich ein klein bisschen das ist zu schnell so dann geht es jetzt rein ins rennen ok konzentriere dich auf die ampel versuche heute einen guten start hinzulegen ja versuch mal klar so wir müssen los 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 jetzt muss er gezahlt danke Arschloch da ist jetzt schön in der nahe geht beginnen ich bin hartes zu erwähnen ruhig ich bin jetzt schon mal kassiert vier runden stehen heute an vier runden stehen heute an und dann auf zwei hier flugt allerdings auch den joker wo der noch nicht gezogen hat Die Mühe von der, der muss ja schon mal ran. Der wollte auf jeden Fall ein bisschen ärgern. Die kann ich nicht so richtig sein mit Leuke. Die kann ich nicht so richtig sein mit Leuke. Wenn man immer gewinnen kann, sehe ich nichts passiert. So, die erste Seite war gesetzt. Gewonnen. Gut gemacht. Damit wir mal im Haltfinale. Oh, Sebastian Loeb. Eieieie, wir kriegen es direkt mit der Elite zu tun. Und der allerdings in der Gruppe B fährt. So, Fremd teilnehmen, auf geht's. Oh, fast nicht bereit. So, hinterfiffschaffe ich vielleicht noch etwas los. Es sind wieder vier Runden, die heute anstehen. Also, dafür kommen wir dann auf sechs Rennen. Wieder das Führende, die Jobrunde gegangen. So, wir sind entgegenhalten, wir machen noch wieder. Hat steht halt ein bisschen. Wir können den unterbringend ein bisschen mehr Zeit schieben. So, wir führen wieder. Wir werden sogar nach der ersten Runde, das ist die Beste-Joker-Runde. Bis die Konzentrieren gerade. Das ist deswegen, dass ich gerade wollen es weniger. sie hat die führung oder bereisen wieder hier ein bisschen raus ins gras der kleine waage arbeit der letzte runde das war eine runde joker runde als jetzt aber erledigt diese mit ihrer runde gefahren das ist der sieg so und damit das finale jetzt offen sein für uns wunderbar so vielfacher und schätze sind laufpunkte die von ihrer verziehung mit einem neuen tüffer ans so da geht es jetzt glaube ich jetzt die finale oder was Bye bye! Hey, ich fes kein Finale! Das tut gut und lauf! Na dann mach mal Checktender, auch einen Drehenzler, einen drück und lauf! dann geht das hier komplett über diese und nächste woche durch der erste teil schon mal geschafft ein die rutschen war ganz schön aber das ist auch gut so das macht auch noch richtig laune letzte runde und durch 231 ich bin sehr zufrieden wunderbar guter start gut weg gekommen und vorne drin so lauf nummer vier und weiter geht's habe vielfacherei heute das ziel auf das heißt abgesehen das ist natürlich Wir wollen natürlich heute gewinnen. Es muss keine Straßen passieren. So, jetzt sind wir wohl nicht weg. Bleib ruhig. So, viel vorbeigekämpfter. Und die Führung. Die Führung der ersten Runde. Die Führung, die sagen wir, nur noch zu fahren. Also, gehen wir den auch durch. Wir müssen uns mal ein Halbfinale. Da gibt es ja das Finale. Also, es gibt insgesamt sechs Läufe, wenn ich es richtig gezählt habe. So, Renn-Tag. Also, viel, viel Fahrerei, liebe Leute, heute. Oder die nächsten Tage. Kommt. Läufe. Die Führung. Läufe. Läufe. Das ist ein bisschen angeeckt. Ja, ich habe noch gut abgefangen. Ich hoffe, dass ich nicht zu weit in die Fahrt, dass ich damit noch nicht brauche. Ja, sehr gut. Das ist ein Sieg. Ja, ich habe noch 32,9. Jetzt haben wir 32,8. So, 195 Punkte. Die haben wir auf jeden Fall erstmal durch. Alles andere, was da drunter kommt. Auch Sebastian Löw ist leider nicht qualifiziert. Er hat so wenig Punkte geholt. Ihm fehlen vier Punkte, um sicher dabei zu sein. Ja, und die anderen zwölf sagen, okay, wir sind weiter. So, die ersten drei aus jedem Semifinale sind fürs Finale qualifiziert. Wie geht das ganze Ding jetzt durch? Also ein Lauf oder was? Also müssen wir die ersten drei jetzt kommen, oder was? Bereit. Ja, aber Löw raus ist schon mal der haushohe Überraschung, definitiv. So, die sechs Autos auf der Strecke, drei kommt dieser weiter. Die Hälfte wird eliminiert sind. Da war man. Da sage ich immer nur auf sechs, das würde nicht reichen. Lass dich nicht ablenken und konzentriere dich. So, die haben wir, ah, wieder ein bisschen Vorgabe. So, die haben wir zwei, Joko-Runde haben wir schon abzogiert. Und wieder flüchtigt sich einer in Nulls, aber den Auge wieder mit dem nächsten Manöver. So. Uiuiuiui, ja war da. Achtung! Fick, die wir schon wollen! So, René 4, das erste Halbfinale, ich hoffe, wie gesagt, dass er nicht so viel, dass er jetzt nicht damals noch mal drei Läufe setzt. Sagen wir mal Archifahrerei, einen den nächsten Tag vor uns. Sagen wir mal auf die Führung. Souverän vor allen Dingen. Letzte Runde. Sagen wir mal auf die Führung. So, damit haben wir es. Finale. Das ist der Sieg. Wunderbar. So, übrig sechs Fahrer machen sich den Gewinn des Events untereinander aus. Sechs Fahrer bleiben nur übrig. Also es ist insgesamt sechs Läufe. Okay, pro Rennen. Dann kommen wir natürlich damit auch auf sechs Rennen. Wunderbar. So, dann gehen wir rein ins große Finale, liebe Leute. Heute ergibt es hier um die erst 25 Werdenpunkte. Oh ja, mach dich bereit. So, dann sind wir sicher, dass es kommt. Yes. Die Mach-Chart erfolgt. Die setzen sich da hinten schon. Da soll mir natürlich schon aber recht sein. Natürlich sind wir jetzt letzter, aber... Das geht jetzt zu einem anderen, aber ja natürlich schon. Oh, wenn ich glaube, der Ketter-Soll-Berg, den kennen wir natürlich schon. Wenn sie ein bisschen in der Welt ist, wenn ich heute rauskomme. Wir haben unsere Jocker-Runner ja schon gefahren. Alleiner noch nicht bisher. Wir sind das erste Mal hier jetzt etwas länger in Führung. Dann würde ich gerne mal eine Runde in Führung absolvieren. Das haben wir jetzt. Oh, ja, aber der war ganz schön hier. Oh, ja, aber der war ganz schön hier. Oh, ja, der war ganz schön hier. Oh, ja, der war ganz schön hier. Also, hier haben wir ja noch die Fahrt. Zwei Rundchen noch. Die Runde geht's hier. Und nach vorne sind wir aus der Spitzengruppe, der heißt, der einzige bisher ist, der mit der Jocker-Runde schon absolviert hat. Die einer und beiden liegen wir da noch von 6. Ja, ich weiß, ich werde jetzt dramatisch jetzt. Ja, ich weiß, ich werde jetzt dramatisch jetzt. Und den haben wir noch überrundet in der letzten Kurve. Gewonnen. Gut gemacht. Und die ersten Punkte gehen auf unser Konto. Portugal ist schon mal unser. Wir haben die ersten 25 Wärmpunkte auf unser Konto. So, heute in England starten wir dann morgen durch. Bis dann und tschüss.